so wetter bleibt trocken was passt passt nicht müssen wir noch drei schiff rausnehmen ich habe jetzt gesehen dass das setup so extrem gut ist ein 99er setup haben wir da hingehauen und los geht es und ich glaube ich sehr sehr angst fange okay alle gleich nicht so gut als start das heißt topf übernimmt die führung ja coochie will auch noch mit nicht so der beste start die letzten paar rennen hatten wir übel geile starts also was macht ihr da ja die super soft scheinen für den start nicht die besten reifen zu sein die geben nur motormäßig gas ok so coochie jetzt fang dich mal wieder und fahr nach vorne ok stock ist im angriffsmodus merkt man er kommt näher halbe sekunde letzte runde aufgeholt ja müssen auch gucken bei coochie der ist kurz davor wieder strif zu beholen da geht er vorbei wir haben es im augendinkel da oben gesehen ja dann schildere leben kannst ruhig machen da hast du auch vorbeifahren stopp wenn du lustig bist oder wenn du lust hast sagen wir so ich glaube coochie fang mal ein bisschen die reifen zu sparen aber richtig richtig kalt wieder machen und dann können wir so kurzzeitig mal richtig hinten angreifen lassen dann fahren sie auch vorbei zumindest mal stock dann in führung ich bin gerade am rechnen und jetzt da noch mal 13 punkte drauf 516 dann kriegen wir noch mal knappe 100 für 20 punkte ja es ist noch möglich so angriff gucken wir lange wir jetzt brauchen da vorbeizugehen weil gut da kommt jetzt die zeit hin und wir machen mal schluss mit rosini ne danke sehr einmal kurz ein bisschen gas geben und ab die poste und fall safety car natürlich jetzt für die anderen fahrern gefundenes fressen ich finde sie für den boxen stoppt also es wäre sinnfrei nicht in die box zu kommen das wird sich viele für reparatur stoppt okay gehen auf soft track und die wollen durchfahren okay das könnte interessant wenn das rennt mal 10 prozent gucken ein bisschen mehr verloren hier und los klar die geben volldampf und gut die fährt einfach vorbei und 22 9 aber wie das arthas raus arthas hat zwei miteinander raus geflogen dann kann ich nicht so blank gas geben die reifenteparatur geht ja komplett in die höhe okay die rosinis fahren jetzt die reifen nicht kaputt jetzt holen sie auf nur weil wir reifen sparen man könnte auch rapide reifen sparen aber jetzt schalten die auch runter guck mal die haben genauso viele reifen verbraucht wie gucci jetzt sparen sie richtig jetzt die chance die gucci vorbeizufahren die sind zu lang auf diesem rot modus gefahren und man sieht direkt wie sehr der vorsprung von stock steigt letzte runde 1,8 sekunden das wird glaube ich diese runde nicht anders ich werde noch die bestzeit fast zwei sekunden und gucci ist auch deutlich schneller gewesen okay die trinken sie wieder auf die fallen immer so ganz merkwürdig 8,8 sekunden ist schon eine hausnummer oh viel was machen die mit dem motor zu uns mal kutsch was macht die mit dem motor vielleicht sollte man nicht zu viel von dem motor wegnehmen jetzt hier übrigens auch kritisch schon wieder so viel so gucci deine chance tops schon wieder sein eigenes ding und da geht gucci vorbei und der reifenabnutzung sind die halt deutlich schlechter als gucci ich mache mir nur langsam Sorgen um den motor wir haben jetzt die hälfte ein bisschen mehr als die hälfte der rennesstand hinter uns und der geht ganz schön rapide runter die haben ja keinen roten bereich das ist der vorteil platz 11 vor allem auch gerade in der box gar keine so schlechte platzierung und bordock auf platz 9 kann interessant werden dann trägt auch fuji die sofort weg das ist nun die frage für den point of no return ich hätte wahrscheinlich das stock schon als führende vielleicht aus der box durch und da rauskommt fuji definitiv noch nicht dafür muss fuji richtig gas geben der fährt eine sekunde schneller als die konkurrenz aber wie hat ihr könnt den motor leider nicht aufdrehen normal haben wir 19 wir haben jetzt 15 punkte mehr weg geholt als normalerweise aber der rote bereich ist ja auch in der regel auf 20 ok direkt mal übertrieben die fahrer 1 23 7 1,3 sekunden in der letzten runde wieder weggenommen den reifen bei denen ist es richtig knapp also bei stock kann ich mir fast schon überlegen dass der durchfährt so sehr wie der die reifen gerade spart und dann fuji muss reinkommen das steht fest wir sehen noch eine 1 21er zeit in dem rennen safe 30 prozent 26 prozent okay wir müssen auf dem motor fast runter stellen das wird richtig eng im motor machen wir aber nach dem bocken stopp weil kuji holt den gerade auch richtig gut zeit weg ist immer so frech kann ich echt hier sorgen um den motor mal gucken wir damit mit weitem vorsprung und kuji ist nicht weit weg die haben sehr abgenutzte reifen sollte ganz gut schon funktionieren da kommen wir da schon an den ersten vorbei der andere ist nur vier sekunden weg ich bin langsamer ja kuji soll da vorbeifahren dann kann er gerne den motor schonen und die versuchen durchzufahren das steht jetzt wahrscheinlich fest wir sind halt jetzt gerade deutlich schneller fast zwei sekunden du schaffst das kuji du schaffst das hol uns den doppelsieg jetzt bremst er sich innen nein wo will er vorbeifahren jetzt da kommt der move ah ne doch nicht komm gut ich doch nicht so schwer fange sehr und motorsparen ok heißt auf jeden fall 75 prozent bei risiko irgendwie definitiv nicht mehr ja weil das ist zwar schön dass der rote bereich weg ist aber trotzdem ist es halt gefährlich jemand kommt raus aber die fahren ruhig obwohl brembrünie weiß ich nicht brünie hat schon richtig reifen kaputt und nö 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 hier gibt es nichts schnell zur guten zeit wie titanow kann ich schon mal vergessen schafft er noch nicht mal mehr mit überrundung fährt glaube ich stock die übelst schnellste runde 1 20 5 9 9 9 ist deutlich ja und die rosillis fahren echt durch ne doch nicht bin hier bei der box sehe ich jetzt gerade erst jetzt geht in die letzte runde macht keine probleme mehr eben schon gegangen am Ende jetzt. Chirot holt einen Punkt und Stock gewinnt das Rennen in Rio. Und Kuti kann sich im zweiten Platz sichern. Chirot gegen Steinmann. Das ist auch ein enger Kampf. Wir haben hier drei Kämpfe am Ende der Saison. Es gibt drei Kämpfe, die wir noch hier beobachten können. Immerhin. Einmal um Platz vier zwischen Krüger und Winsor. Dann um Platz sieben Steinmann gegen Chirot und den Abstieg Esprit gegen Team Kirov, wo ich eigentlich sogar sehen muss, ich sagen, Team Kirov etwas schlechter da stehen sehe. Beim Steinmann Chirot sehe ich eher sogar Steinmann da hinten. Auch wenn die vorne sind, sehe ich die Schwäche. Und Krüger, Winsor. Schwierig zu sagen. Was ich aber hier jetzt gerade sehe. Wir haben danach noch drei Rennen. Dubai, Rio und Japan. Yokohama. Wir haben 56 Punkte. Das heißt, sollte KUJI den Sieg holen, vertagt er das auf Phoenix beim Doppelsieg. Sollte Stock irgendwie es schaffen, weniger als fünf Punkte zu, sechs Punkte zu verlieren. weniger als sieben Punkte. Also bei sechs Punkten ist ja Stockautomarkt auch Meister. Ja. Also ich schätze mal stark, dass wir in Dubai den Meister sehen werden. KUJI muss gewinnen und Stock muss zweiter werden. Nur dann ist es vertagt auf Phoenix. Nur vertagt, weil dann es wird übelst schwer für KUJI dann noch irgendwas rauszurichten. und dann müsste halt Stock wirklich ausfallen, damit das passiert. Jawohl, nur 24.000 Minus. So, die anderen Teams sind auch gefahren. Nein, oh, nein. Das ist krass. Das hat man selten. Aber ne, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge dabei seid, wenn es nach Dubai geht, wo es vielleicht zur, eigentlich sehr wahrscheinlich zur Fahrermeisterschaft kommt. Wenn es jetzt dann nicht kommt, dann auf jeden Fall in Phoenix. Also wir werden kein Saisonfinale haben im letzten Rennen um den Titel. Das schätze ich schon mal stark. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.